Willkommen zum nächsten Part von Mario Kart. Ähm... Wir versauen erstmal richtig schön den Start. Luca hat von mir. Der kriegt jetzt erstmal schön... Na ja, drei Pilze. Aber jetzt kann er zumindest erstmal überholen. OH, schon wieder ne Wolke, MEIN varii si... Ok, die Wolke ist gut. Ui joi 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 joi... War das jetztkill? Das war geil. Ich glaub Bama ist auf Platz eins. Man kriegt auf jeden Fall 1x3 Rotor zu spüren und Luca fährt mit Donkey. Ich lasse meine grüne ab. Ich komme 1x3 Pizza hin. Somit sind wir gezwungen über die Lava zu springen. Ja, oder hat Maxi. Luca hat mir vorhin gesagt, er hat einen neuen Namen bei. Mkw Luca at Cooper. Ok. Ist das seine E-Mail Adresse? Luca at Cooper. .de Ja, mach doch mal nicht so schnell. Welche Forma hier lang? Kein Item. Das ist schlecht. 2 Rote. Das ist noch schlechter. Power. Ah ok. Ja, Item 5 hat auch mit. Das ist der Anti. Das ist auch von mir ein Abonnent. Oder noch nicht. Ich weiß es nicht. Er wollte mich vielleicht abonnieren. Auf jeden Fall schießen wir jetzt mal schön 3 Grüne hier durch die Mitte. Ja. So, Doppelt Held besser. Henty ist eigentlich auch ein ganz guter Fahrer. Ich weiß nicht, ob er immer mit Bowser Junior fährt. Ah, was machen wir jetzt? Behalten wir die... die Reds? Oder... Pfff... Ach komm, erstmal würd ich sagen, behalten wir sie noch. Wir könnten... ja, jetzt muss man... Hat Luca den SC gemacht oder was? Hat ich jetzt irgendwie hier verkehrt oder was? Nein! Kommen wir jetzt noch ins Gleite? Jawoll, das ist... das ist Gleite. Luca springt in die Lava. Das ist natürlich auch geil. Na gut. Immerhin Dritter. Das gibt einen Punkt Minus. Okay. Ich hätte jetzt heute über einen Punkt Plus gehabt, aber... Was soll ich machen? Arma auf Platz 1, wie in den letzten Runden auch. Ich wusste gar nicht, dass Arma so gut ist. Auf die Strecke hab ich jetzt Lust. Das ist optimal. Und... Ich hätte gerne... Erstmal einen Failstart und dann einen Dockjump. Zumindest das 3 Pilze. Ja, was gibt's bei mir Neues? Ähm... Ich habe... Ein paar Probleme mit meinem Headset. Ich weiß nicht, ob es ein Wackelkontakt ist oder... Ich muss dazu sagen, dass mein Headset auch ganz schön... Ganz schön... Ist eigentlich von hier... Stern... Ja, geht. Der Spun schafft. Weil... Eigentlich brauchen wir eigentlich gar nicht so weit rüber zu fahren. Doch geht... Geht das nur mit dem Stern... Dass man den Spun schafft. Weil eigentlich ziehe ich immer noch... Na ja, aber knapp. Ich mach mal etwas Offroad. Sorry, wirklich nicht. Ja, eigentlich ziehe ich beim Dockjump immer ein Stückchen weiter nach links. Aber wenn man von schräg rechts auch den Spun schafft, dann ist es ja... Überflüssig, wenn man dann zu weit nach links zieht. Einmal gucken. Bullet? Mh... Ich probiere jetzt mal was aus mit dem Bullet. Das habe ich noch nie aus Burot. Also, aus Premiere. Das hört mich jetzt mal. Ja, geht. Ich habe hier doch mal keinen Linkseite. Auch müssen wir drüber springen. Genau, sei das nicht schlimm. Brücke. Ja, ich habe ein paar Probleme mit meinem Headset. Die ist jetzt auch schon wieder 2-3 Jahre alt. Und... Ich bin auch nicht der Typ, der seine Sachen gut pflegt. Von daher vermute ich mal, dass mein Headset auch echt Mackelkontakt hat. Also es geht zwar, aber manchmal geht es auch nicht und... Ich muss mal gucken. Ist mir jetzt egal. Ich brauche ein Item. Sehr schön. Wir haben uns nochmal. Ohne Sterben. Ah... Ne... Schade. Ich glaube, das geht dann nur mit Sterben. Egal. Wir sind jetzt dritter. Die Treibhilze wären jetzt richtig geil. Ist auch gut, dass die Bukur runter geht. Maxi... Reicht Maxi? Reicht nicht mehr? Scheiße... Mann! Fuck, ey! Luca freut sich bestimmt jetzt einen ab. Ah, egal. Ich habe auf jeden Fall noch mehr Punkte als Luca und... Tja... Alpen füllen auf Platz 1, also Enten füllen auf Platz 1. Coole Strecke. Ähm... Ja. Fakt ist, mein Headset ist... Ähm... 90% Noch ganz. Und 10% im Arsch wahrscheinlich. Von daher... Muss ich mir sowieso überlegen, ein neues mit anzuschaffen. Die Frage ist jetzt nur, kaufe ich mir... Neues. Ah, ich habe jetzt so Schiss gehabt, dass er die Reds schießt. Und... Mann, ey... Na, so sollte das eigentlich sein. Aber... Ah, ich muss nicht mal aus dem Bier ran. Ja, das ist die Frage. Jetzt kauft man sich ein neues Headset? Oder vielleicht doch ein Mikrofon gleich? Also ich weiß zum Beispiel, dass... Das hat ja der Kornel jetzt vor zwei Wochen vom... Polo gekriegt. Ich glaube... Ich glaube das T-Bone oder wie das heißt. Das ist... Soll gar nicht so schlecht sein. Ähm... Ich muss mal gucken... Welche Richtung ich da gehe. Ich glaube Hering, der spielt mit... Der nimmt mit... äh... Mit Headset auf ganz normal. Ich glaube von Sinisizer oder... Ich glaube der hat auch um die 60, 70 Euro bezahlt. Wenn ich da mal richtig aufgepasst habe. Hat er zumindest mal gesagt. Ja, was findet ihr besser? Ähm... Ein Mikrofon oder... Ein Headset? Headset ist natürlich... Ich glaube wenn man ein Mikrofon hat, brauchen wir sowieso noch ein Headset. Weil... Beziehungsweise Kopfhörer. Kopfhörer reichen auch. Weil man ja... Die Stimmen von anderen Leuten über Skype oder... In-Game-Sachen somit besser hört. Ah, die blaue. Hauen wir mal raus. Ja, deswegen bin ich jetzt am überlegen, kaufe ich mir das T-Bone. Oder... Ein gutes... Headset. Ja... Was haltet ihr davon? Was ist besser? Ist ein Headset besser oder... Oder... Oder ein... Mic... Mikrofon... Da brauche ich ja so'n Pop... Einen Popschutz oder wie sich das nennt. Ähm... Ihr könnt's ja mal unter die Video schreiben, was da... Im Vorrang bei euch steht. Doch vielleicht habt ihr ja auch schon... Gute Erfahrung mit... ...mal bestimmten Marken gemacht. Komm, jetzt noch mal ein Hammer-Item. Drei Pilze. Da versuche ich mal einen richtigen... Weitensprung zu machen. Und... Natürlich... MEINE Fresse... Was ist heute noch los? Na... Zum Glück muss ich eh gleich los... In... Ein... Paar... Minuten... Wie spät ist es jetzt? Müsste jetzt so bei um drei Uhr noch sein. Hm... Na du 90... Okay... Ich weiß gar nicht... War das jetzt das vierte... Das dritte... Wie lange nehme ich jetzt auf? Elf Minuten... Also war es... Das... Vierte Rennen... Na gut, da verabschiede ich von euch erst mal. Macht's gut. Bis später und... Ciao!